Während das Gesicht der 53-jährigen Schönheit die Leinwände der Welt ziert und ständig auf roten Teppichen zu sehen ist, hält sich Schauspielerin Julia Roberts mit Aufnahmen und Details zu ihrem Privatleben hingegen fast schon streng zurück. Ihr Ehemann Danny Modder sieht das auf seinem Instagram-Profil scheinbar etwas lockerer. Immer wieder teilt er Schnappschüsse der Zwillinge Hazel und Phineas sowie Skater-Videos von Sohn Henry. Naja, wer kann es ihm als Kameramann auch übel nehmen? Der 52-Jährige ist seit 2002 mit Roberts verheiratet und glücklicher Vater der drei gemeinsamen Kinder. Jetzt ist der jüngste Sprössling Henry 14 Jahre alt geworden. Wie stolz Danny auf das Geburtstagskind ist, zeigt er seinen Followern auf Instagram jetzt anhand eines Slow-Motion-Videos. Hier saust Henry eine Rampe hinauf und dreht sich gekonnt in der Luft. Ganz schön waghalsig. Der 14-Jährige scheint ein echter Adrenalin-Junkie zu sein und hat es auf dem Skateboard drauf. Dabei fällt uns auf, dass der Promi-Sohn, je älter er wird, seinem Vater schon ziemlich ähnlich sieht. Na, da liegt wohl nicht nur eine Pretty Woman unter dem Familiendach, sondern gleich eine ganze Pretty Family. 1 1 2